hallo ist martin von mannemarkies dass die dachsanalyse für nun dienstag den 14 dezember 2021 und unser dax hat zwar schön die kurve bekommen ja also hat das ja auch zum montag noch fortgeführt ist aber so ein bisschen im sand stecken geblieben die gute hat ein bisschen zu doll in die kurve gehauen und zum montag wirklich eine dickere umkehr geworfen also die sieben 15 87 hier war soweit ja als nächstes ziel durchaus noch naheliegend dann 830 war rein in die 9 25 49 rein in die 1660 16100 hat damit nicht geklappt ist schon auf der ersten teil etappe quasi man kann schon fast sagen krepiert als er ist deutlich zu tief zurückgekommen es wird recht schwierig das jetzt nach oben wieder aufzuholen das sieht eher aus und da würde ich den fall jetzt löschen wollen wie als kommt hier noch so ein zweiter schlag von dem und ist jetzt noch nicht sand in kopf stecken angesagt aber sowas in die richtung das könnte schon noch kommen dass das dann hier so eine art flacke wird bis ein tiefer vielleicht gäbe close ist okay aber müsste sogar gar nicht den gäbe close bringen also müsste nicht so tief kommen um das da unten auszuhebeln aber das wäre jetzt hier noch dass wir jetzt definitiv noch mal drin auch zum dienstag dass er da einfach noch mal drunter wühlt machte das sehr kompliziert dann dreht er sich wieder in der 15 55 nach oben macht es schön dann geht er runter bis 460 oder besser noch bis 410 macht es gelb zu unten und dann könnte erstmal wieder reagieren sollte er aber unter 15 400 abtauchen dann wird es aus tages sicht ein bisschen kritisch weil wir dann unter die 200 tage linie gleiten also er sollte wirklich versuchen auch zum wenn er hoch will noch weiter hoch will es sollte versuchen sich über der 15 410 dann auch wirklich zu stabilisieren entweder macht es gleich von der 200 tage linie bei 460 oder sogar schon bei 550 aber ich denke der wird der wird das anspielen wird das knapp machen der wird bei 410 rumbullern wird das gap hier zu machen zügig wieder sich nach oben drehen und würde dann neue long chancen in dem moment einfach öffnen wenn er sich hier wieder auftritt also definitiv unerwartet stark zurückgekommen muss man so sagen hätte ich jetzt so auch gar nicht erwartet hätte schon gedacht der zieht sich jetzt hier am stückchen durch weiß nicht war ihm zu offensichtlich weiß nicht auf jeden fall 87 verkäufe aktiv geworden und die kiste wieder umgeworfen und zurück und hätte dann hier auch einen schönen rücklauf chance gehabt auf 700 sich einfach wieder hoch zu drehen und weiter zu machen und genau da kam dann der bruch da hat er sich gebrochen also das genick gebrochen und ist durchgeschlagen also kurz gefasst können wir sagen montag hat sich ein bisschen verdreht ganz klar stecken geblieben wir haben ein sehr deutliches auftreten gehabt chancen bis 87 bis hoch sogar 8 30 bis 9 25 die waren da er hat quasi nur station 1 ausgespielt ist dort dann schon verändert muss man ja so sagen und zurückgerotet und demzufolge nach würde ich jetzt auch so die da mich wieder runter kam würde ich jetzt schon einplan dass wir zum dienstag noch mal tiefere tiefs bekommen unter dem montag selbst wenn er mit klein aufwärtsgebrechen kommt das wäre auch egal also wenn der jetzt sage ich mal so zwischen 6 20 und 6 50 eröffnet es wäre egal würde schon denken dass er dann noch mal unter den montag drunter sticht und dann noch mal probiert ja 550 ja oder dann eben sogar ein schlachtrunde also wie gesagt die 460 aus tagessicht wird ja das jetzt zu machen das reicht mir eigentlich soweit wird es hier zu machen aus 2 50 hier sieht 200 aus tagessicht ist die 200 taglinien hier ganz interessant die ist ein bisschen oberhalb von 15.400 die liegt so im bereich um 15 460 bisschen leicht höher im kettrass ein bisschen tiefer von daher passt das also dass wir sagen können 15 460 oder dann eben unten der gap close das wäre schon noch mal möglich also auch hier ist vom mittleren band der ausbruch übers mittleren band nicht gelungen zurückgezogen rote tageskatze auf so eine grüne tageskatze eigentlich das ist schon ein faux pas also dass das macht man nicht das macht man nicht also das ist unschön weil ich sag mal die grüne katze ist eine schöne schöne long chance und wir haben es ja wir haben es ja auch so gesagt alles was am montag über was haben wir gesagt 680 geht über 700 geht das sollte nach oben aktivieren das sollte freisetzen das sollte bewegungspotenzial freisetzen rein in die 87 rein in die 8 30 rein in die 9 20 49 rein in die 16 60 16 100 und mehr so so nicht so wird das nix so und jetzt wird es interessant wenn er uns jetzt sogar noch unter den freitag zurückfällt muss ich schon ein bisschen ein bisschen genauer hingucken hier die 5 30 die hatten wir gestern so als unteren triggerpunkt gemacht hatten gesagt der dax hat eher das potenzial nach oben aus er geht oben unter die 5 30 und jetzt hat er sich durchaus für den dienstag ein bisschen nach unten vorgelegt haben was das ist das ist definitiv so also aus tagessicht sehen wir auch hier guten guten reaktionspunkt im bereich um 15 4 60 leicht höher 15 4 70 das gäbe hier bei 15 4 10 und damit spiegelt sich das eigentlich schön mit dem was wir hier haben und von daher würde ich sagen gucken wir mal wieder die sache ein kommt man das beste daraus behalten weiterhin im kopf das verfalls woche ist wir rechnen weiter damit dass immer wieder ein kleiner querschläger kommt das eine oder andere fehlsignal wir haben gestern ich habe gestern das ausgiebig drüber gesprochen wie ich mit einer verfalls woche umgehe risiko ein bisschen reduzieren weil öfter mal ein querschläger kommt na frühe teilgewinne sichern stop loss nachziehen haben wir gestern alles gesagt weil in der verfalls woche der der die die bewegung auch gerne mal einfach zügiger dreht als man das erwartet und einfach quer läuft aber auf beiden seiten das ist nicht nur nicht nur nach unten so dass er oder oder so dass er bewegung nach oben nach unten abwirkt das kann auch andersrum genauso sein dass man denkt okay jetzt rennt richtig nach unten los und plötzlich steht er wieder oben also von daher wir nehmen weiter zur kenntnis wir befinden uns in der verfalls woche uns erst mal egal wo er abrechnen soll wir gucken wir gucken wie bewegt es sich wo verhält es sich und zum dienstag wird ich jetzt einfach noch mal ein paar tiefs unter dem montag einplan wir genau den bereich um 50 angucken dann die 460 genau angucken dann die 410 genau angucken und bei 14 sind sollte schon echt was nach oben kommen weil wenn bei 14 nichts nach oben kommt also dann steht auch wieder hier unten bei 15 2 40 und dann sieht zum tag es schaut schon langsam gar nicht mehr so toll aus weil wir dann nämlich schon wieder in diesem schwachen freitag unten drin sind und dann ist das vielleicht einfach nur eine abc nach oben gewesen das wäre dann suboptimal so hätte er noch potenzial dass er hier eine erste aufwärtswelle hat dann korrektur zweite aufwärtswelle jetzt korrektur zur seite dann dann nochmal aufwärtswelle nach oben das wäre nur legitim aber wenn er mir jetzt zu tief kommt und auch unter 2 40 dann gehen wieder aus tagessicht zu viele risiken einfach nach unten auf gut also das dafür hier ich mache video zu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss das war die ges strings für die gepläne 8 hier 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 hier